Hallo Freunde! Wir befinden uns gerade an so einem wunderschönen See hier. Wir werden uns mal jetzt noch ein Objekt angucken. Na ja, soll wohl ein Hof oder Gut oder sowas sein. Sieht schon ziemlich zerstört aus. Meinst du nicht? Was ist da, Freunde? Na ja, Freunde, gucken wir mal, was uns erwartet in der Ruine. Schon ziemlich baufällig, um nicht zu sagen wie Sau. Hier ist der Raum. Der Ofen hat so lange hinter sich. So, was steht denn da dran? 1962. 1962, ok. Jetzt kommt die durch, weil wir befestigt werden. Ja, richtig. Oh! Jetzt ist es komisch weiter. Wir haben ihn schon mal abgestützt. Ja. Jetzt geht hier, der Kugelfrosch. Ja. 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 N4R. N.V.A. Privat. Nur Bewohner. Hier war der Sanitätsbereich. Schuhe, das kennen wir ja. Schuhe. Schuhe, das ваши Aufmerksamkeit. Schuhe. 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 Jungen, Toilette Jungen. Benutzung, Waschen. Benutzung, Waschen. Die Toilette, die Dusche. Benutzung, Waschen. 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 Oha, das ist ja richtig baufällig. Das steht ja einfach nur so ein alter Ofen rum. Und mehr, und mehr nicht. Oh, was ist das alles? Was ist das denn? Hä? Was ist denn das? Okay. Das ist ja fast wie ja eben. Das ist ja fast wie ein Reimgang, Alex. Das ist ja fast wie ein Reimgang gewesen. Vielen Dank. Das ist ja fast wie ein Reimgang. Das ist ja noch Treppen. Einfach nur alles total zerstört. Das ist ja fast wie ein Reimgang. Das ist ja fast wie ein Reimgang. Naja, Behebtion nicht mehr zu sehen. Wir werden das Objekt jetzt verlassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Haut rein.